Die Stadt Göppingen veranstaltet ja aktuell einen Klimaton. Was ist denn das? Warum heißt das Klimaton? Nun, Klimaton heißt 42,195 Tage für mehr Klimagerechtigkeit. Also ein Marathon für das Klima. Die Stadt Göppingen ist bereits sehr aktiv in Bezug auf die Agenda 2030 und möchte durch den Klimaton mindestens 2030 Bürger aktivieren, einen Beitrag zu einer sozial-ökologischen gerechten Gesellschaft zu leisten. Ja, in diesen 42 Tagen gibt es viele interessante Angebote, Veranstaltungen, zum Beispiel zum Thema Mobilität, Ernährung oder auch Shopping und Konsum. Dabei können die Bürger viele Impulse erhalten, was sie zum Schutz des Klimas beitragen können. Kann ich da einfach mitmachen? Ist das für alle? Auf jeden Fall. Schalte das Programm im Internet an und besuch die Vorträge oder besser beteilige dich an den Aktionen. Ja, auch wenn du nicht aus Göppingen bist, das Klima ist global. Was kann ich als Einzelner gegen den Klimawandel tun? Ja, mit unserem Lebensstil in Deutschland bräuchten wir circa zweieinhalb Erden. Das heißt, wir leben deutlich über unsere Verhältnisse. Es kommt darauf an, dass jeder von uns beginnt, bewusster zu leben, auch Kleinigkeiten helfen, zum Beispiel weniger Fleisch essen, weniger Autofahren oder fliegen. Aber wir müssen uns im Klaren sein. Wir müssen von unserem enorm großen Fußabdruck runterkommen. Das wird auch Verzicht bedeuten, aber wir gewinnen damit Frieden und Versorgungssicherheit für alle Erdenbürger. Und das ist das Ziel der Agenda 2030. Ich habe gehört, dass es eine Klima-App gibt. Wie funktioniert die denn? Ja, du kannst kostenfrei den Klimakompass von Worldwatchers runterladen. Dort kannst du dich auch für den ersten Göppinger Klimaton anmelden. Wir als Hochschule nehmen auch teil. Und die vielen Challenges zeigen dir viele interessante Möglichkeiten, wie du das Klima schützen kannst. Wie finden Sie den Klimaton? Ja, mir hat die Kartoffelwoche gut gefallen. Mir war nämlich nicht bewusst, dass die Kartoffel unser Klima-Champion ist. Der CO2-Fußabdruck einer Kartoffel ist nur ein Zehntel des Fußabdrucks von Reis. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.